Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nico? Nico Fischer? Ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich war damals nur ungefähr dreimal so dick. Du und die anderen, ihr habt mich nämlich nur die Klaschfoliker genannt. Da ist nämlich so eine Art der Kunst-Performance. Warum kommen wir nicht mit einem Riesen-Lacher auf die Welt, ha? Sie wirken auf mich emotional unausgeglichen und ihre jetzige Lebenssituation spricht für einen Rückfall. Deshalb. Ich habe letzte Woche den Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Hä? Ich habe nachgedacht. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um Männer herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern das, was selbst das Problem ist? Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Soll noch Milch rein? Mhm. Na, mal Sojamilch. Bitte nicht. Bis zum nächsten Mal.